Willkommen zum Pionierfilm-Podcast, Kostenfallen in der Videoproduktion. Das ist mein Kollege Ralf Bibeler. Und mit meinem Kollegen Brian Morrison sprechen wir heute über... Das Konzept. Brian, in unserer ersten Ausgabe haben wir uns über die Idee unterhalten zu einem Film. Wo gliedert sich da jetzt das Konzept ein, in diese ganze Wolke aus Begriffen? Exposé und Treatment und Drehbuch und Storyboard. Was explizit ist das Konzept? Mit dem Konzept machen wir schon fest, was wir quasi beim Kunden im ersten Gespräch so besprochen haben. Das heißt, es gibt quasi eine Idee und ein Konzept? Wir machen das ein bisschen anders. Es gibt erst die Idee und dann machen wir meistens drei Konzepte. Das heißt, die Konzepte sagen ja ungefähr, was das für ein Film werden soll. Zum Beispiel ein Animationsfilm, ein Realfilm oder eine 3D-Animation. Kannst du das ein bisschen mehr verdeutlichen, vielleicht auch für unsere Zuschauer, anhand dieses Stiftes? Das ist ein Kugelschreiber, den möchten wir gern als Produktvideo in die B2B-Businesswelt einführen. Das ist die Idee. Was ist das Konzept? Gut, also ich will ein schönes Video. Die Businessleute sollen das anschauen und denken, ich will diesen Stift auch haben. Jetzt kann man da natürlich verschiedentlich herangehen. Mit dem Stift könnte man zum Beispiel ein Video machen, das den Stift selbst von einem Stift zeichnen lässt. Am besten auch noch vom gleichen Stift. Man sieht, wie der Stift auf einem Blatt Papier gezeichnet wird von einer Hand, die den Stift hält. Und kleine Strichmännchen nehmen dann den gezeichneten Stift in die Hand und zeigen, wie gut es ihnen dabei geht und so weiter und so fort. Animationsfilm. Das wäre Konzept 1 quasi. Konzept 1. Und wie schreibst du das dann nieder? Machst du es auf einer halben A4-Seite? Genau. Viel mehr wird es gar nicht. Konzept 1 ist quasi die ausgeführte Idee, ein bisschen konkretisiert und wie man es umsetzen möchte. Dann gibt es noch andere Herangehensweisen. Man kann zum Beispiel sagen, wir machen gar keinen Animationsfilm, wir machen einen realen Film. Wir lassen unsere realen Kunden real über diesen tollen Stift sprechen und welche tollen Umsatzzuwächse sie anhand des Stiftes überhaupt schon gemacht haben. Zum Beispiel. Oder es gibt ja eine dritte Möglichkeit. Wir machen einfach eine ganz kurze Sequenz. Eine 3D-Animation, lassen den Stift schön drehen und lassen ihn dann so explosionsgrafikartig auseinanderziehen und zeigen, welche tollen Vorteile im Inneren des Stiftes enthalten sind. Und dann setzt es sich wieder ganz kunstvoll zusammen und man hat dann alle Vorteile auf einen Blick. Das heißt also, du kannst eine Idee haben und entwickelst dann eine beliebige Anzahl an Konzepten um diese Idee. Und kann ich dann schon feststellen, wie teuer der finale Film werden wird? Man kann zumindest die ersten Zahlen sehen, was es ungefähr kosten würde. Jetzt sagen natürlich auch viele Kunden, das ist mir noch nicht ganz klar genug, könnte ich eventuell Teile aus dem einen Konzept in das andere übernehmen. Natürlich kann man das machen. Man kann Konzepte mischen. Man kann Teile aus der 3D-Welt auch in die Zeichnerwelt reinbringen und sagen, okay, dieser Teil kostet Preis X, dieser Teil kostet Preis Y. Gemischt wird das ungefähr die und die Summe ergeben. Man kann zumindest grundsätzlich so von bis Preise schon mal definieren. Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann ist das Konzept die Weiterentwicklung der Idee. Ich kann innerhalb des Konzeptes schon eine Hausnummer definieren, was die Kosten anbelangt und weiß dadurch natürlich, ob das alles in meinem Budget liegt oder nicht. So ist es. Wie geht es nach dem Konzept weiter? Nach dem Konzept kommt bei uns zumindest immer das Drehbuch.